Das offene Herz ist der Normalzustand. Und ich verbinde ein offenes Herz mit einer Sanftheit, also mit einer Weichheit. Eine Aktivierung unseres Entspannungssystems. Dass es für die Menschen sehr neu ist, auf dieser Herzebene zu kommunizieren. Wie kommen wir denn von einem Zustand in den anderen? Mich aufs Herz fokussieren kann, also es ist auch eine Entscheidung, das zu tun. Diese für mich ganz zentrale Frage, wohin richten wir unsere Aufmerksamkeit? Ein Mensch, der mit seinem inneren Ja lebt, verhält sich ja verantwortungsbewusst. Ich glaube, es gibt eine Pandemie vom inneren Nein. Ich halte Gruppen absichtlich sehr klein, sodass auch Vertrauen entsteht. Beides ist in uns drin, die Fähigkeit zur Aggression oder zur Kooperation. Die müssen nicht immer die Ersten sein, die müssen nicht immer am lautesten schreien. Systeme, die einen Selektionsdruck in Richtung Kooperation erzeugen. Diesem ganz ersten Gefühl auch zu vertrauen. Verdammt, eigentlich habe ich es gewusst. Mood Talks Powered by Die Mutmacherwei Wir hören uns beim nächsten Mal também. Einer Marys Einer accomplishment Erst mal